Äh, äh, äh! Piu, hey, yo! Extras hier am ersten Drehtag jetzt. Vorhin war ja schon, bzw. gestern war ja schon das Video vom Tag davor. Ja, ich hab schon ein bisschen was davor gedreht. Der Ronin ist gerade... So, und hier sind wir jetzt gerade am Aufbauen für die erste Szene. Und ich glaube, es kann auch ein bisschen dauern. Hier sieht man jetzt, wie man eine Tonangel professionell baut. Ich denk aber. Hauptsache im Zoom H4 anstatt hier ran tapen. Hey, das ist mega gut, Alter. Ja, viel besser als ne normale Ton. So, die Relocations sind jetzt eigentlich schon relativ klar. Und wie wir das machen? Wäre das, wenn er vielleicht dastehen würde. Nö. Siehst du was? Also ich hätte gemacht... Wenn man nur sowas sieht, wenn man wieder zurückläuft... das ist ja nicht so. Warum auch nicht, ne? Warum auch nicht, ne? So, einen großen Teil der Anfangsszene haben wir jetzt im Kasten. Einmal... so, wir sind jetzt fertig mit dem ersten Take, also mit der ersten Szene so wirklich. Und jetzt dreht Benjamin noch den inneren Monolog. Und ja, müssen wir gucken. Aber bis jetzt läuft es ganz gut. Und ja... So, einmal für die Kamera, was ist jetzt hier los? Ja, der Typ hat uns angemault wegen der Drohne. Weil Drohne auf Privat gelandet. Haben Sie auch eine Drehgenehmigung für diese Schule, Kindergarten, Jugendzentrum? Pff... Hat er echt noch eine Drehgenehmigung gefragt? Als ob ich die Kinderfeminine... Dann beteil ich mal die Ausweisung, meine Herren. Merchendising und Animationen, bist du okay? Ja, ja. Wow, also ich muss jetzt noch mal kurz hier. Ach so. Also ihr habt's gehört, kauft Hennings Merch. Und Design. Ja. Also... Kauft Hennings Merch, verdammt. Kommt da noch mal... Kommt da noch neue Design? Das ist mal ne Frage, ne? Ja. Glaubst du wirklich, sowas wird reingeschnitten? Nein, das ist doch nicht. Hast du keine Hobbys? Doch, hab ich. Was machst du denn die ganze Zeit? Ich dreh hier... Ich dreh hier extra. Du hast doch keine Hobbys. Warum machst du sowas? Aaaaah! Eeeeh! Eeeeh! Was? Das ist doch ganz einfach. Jetzt kommt immer Rino und wir machen demonstriert das. Rino komm her! Mach das mal was. Geh da hin! Oh, kriegt ihr das? Kriegt ihr das? Nein! 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 Denk mal nicht dran! Wo ist der Benjamin? Da ist der Benjamin! Wo ist der Benjamin? Da ist der Rino! Wir sind gerade jetzt hier als Pilz. Alles scheiße. Absolut scheiße Kaldi. Sony A7S ist im Fluss gefallen. Nein! Und... Ja. Wir sind immer fertig für heute. Und wir... Ja, du musst die Höhe halten, sonst hast du doppelt gehen. Hab ich so oder so? Wir sind jetzt mit den Aufnahmen fertig. Der Ministryman ist auch weg. Und äh... Und dann hat's wieder gepisst und äh... Jetzt äh... Gehen wir uns... Genau. Jetzt sind wir in der Stadt und... Jetzt geht es weiter am Filmen und hier können wir eigentlich auch noch mal... Es wird tatsächlich blau. Das hätte niemand gedacht. Wir sind hinten mit dem, das sie wieder hoch. Wir sind jetzt ein paar Kräuter. Und dann gehen wir mal an. Wir sind jetzt mal ein paar Kräuter. Wir sind auch hier mal ein paar Kräuter. Und dann gehen wir mal an. Wir sind noch mal ein paar Kräuter.